Hallo bei TechStage. Nach diversen Leaks ist es nun offiziell. Das als Manhattan durch die Gerüchteküche gegeisterte Smartphone ist das Huawei Mate 9 und tritt damit die Nachfolge des auf der vergangenen CES im Januar vorgestellten Mate 8 an. Wir hatten bereits die Gelegenheit, das Android-Telefon anzufassen. Unseren ersten Eindruck gibt's in diesem Hands-On-Video. Das Huawei Mate 9 fällt mit einem 5,9 Zoll großen Display definitiv in die Kategorie Phablet. Die Auflösung beträgt dabei Full-HD mit 1920x1080 Pixeln, was eine Pixeldichte von rund 373 dpi ergibt. Was auf dem Papier zwar nicht zur absoluten Oberklasse reicht, dürfte den meisten Nutzern aber genügen und nur bei wenigen Anwendungen wirklich einen Unterschied machen. Beispielsweise bei Virtual Reality. 3D-Touch ist auch nicht an Bord, dafür aber Stereo-Lautsprecher auf der Vorderseite. Spannender wird es dann unter der Haube. Hier kommt nämlich der neue Kirin 960 zum Einsatz. Der Prozessor ist Huawei zufolge mit vier 2,4 GHz schnellen AM A73 Kernen und vier 1,8 GHz schnellen A53 Kernen auf einem Niveau mit dem Snapdragon 820 und dem Exynos 8890 von Samsung. Gegenüber dem Vorgänger Kirin 950 verspricht der Hersteller eine Beschleunigung von 20% bei der CPU-Leistung und 130% bei der GPU-Power. Für den starken Sprung bei der Grafikleistung soll die neue Mali-GPU vom Typ G71 mit 8 Rechenkernen verantwortlich sein. Außerdem gibt es dann noch 4 GB LP DDR4 RAM sowie UFS 2.0 CAD 12 LTE für theoretische Down- und Upload-Geschwindigkeiten von 600 bzw. 100 Megabit pro Sekunde. Der integrierte Speicher fast 64 GB und ist per MicroSD-Karte erweiterbar. Beim Betriebssystem setzt Huawei bereits auf Android 7.0 mit der Vulkan Engine und das hauseigene User-Interface namens Emotion UI 5.0. Die Oberfläche in der neuesten Version sieht nun aufgeräumter aus. Außerdem verspricht Huawei, dass zum Erreichen der diversen Funktionen nun weniger Klicks erforderlich sind. Wie von der Mate-Serie gewohnt gibt es einen mit 4000 mAh ziemlich öppig dimensionierten Akku, der selbst bei schwerer Nutzung 1,6 Tage lang durchhalten soll. Allerdings ist das Telefon mit 190 Gramm und 15,7 x 7,9 cm sowie einer Dicke von 7,9 mm auch ein ganz schöner Klopper. Huawei hat die Ladespannung weiterhin noch auf 5 Volt gedrosselt, lädt dafür jetzt aber mit 4,5 Ampere über den USB-C-Port, was den Ladevorgang insgesamt beschleunigen soll, insbesondere gegen Ende des Ladevorgangs. Und dann hat Huawei noch sehr viel Wert auf die Kamera gelegt, die in Zusammenarbeit mit Leica entstand. Wie beim P9 kommt hier ein Doppelkamera-Modul zum Einsatz. Der RGB-Sensor ist mit dem das P9 identisch und löst wieder 12 Megapixel auf. Der Schwarz-Weiß-Sensor bietet nun 20 Megapixel. Beide Objektive haben die gleiche Brennweite und ein Öffnungsverhältnis von f2.2. Der höher auflösende Schwarz-Weiß-Sensor soll einen verlustfreien digitalen Zweifach-Zoom ermöglichen, was zumindest auch teilweise Sinn ergibt. Beim Vergrößern müssen so nämlich nur die Farb, nicht aber die Helligkeitsinformationen interpoliert werden. Und die Helligkeitsinformationen, die sind ja für die wahrgenommene Bildschärfe verantwortlich. Bei schwachen Lichtverhältnissen wird es hier möglicherweise ein paar Abstriche geben. Es hat nämlich nur der RGB-Sensor einen optischen Bildstabilisator. Mit einer Funktion namens Dual-Cam-Pixel-Binning soll die Lichtempfindlichkeit allerdings wieder verbessert werden. Das klingt, als würde die Sensorfläche der beiden Sensoren eben zusammengefasst, um die Gesamtfläche zu verbessern und damit die Lichtempfindlichkeit zu steigern. Was das ganz genau bedeutet und ob das funktioniert, das wird dann ein ausführlicher Test klären. Schließlich ermöglicht die Doppelkamera dann auch noch die Bokeh-Effekte, die wir bereits von anderen Smartphones her kennen. Beim Fokussieren setzt Huawei gleich vier verschiedene Methoden ein. Kontrast-Autofokus, Phasen-Vergleichs-Autofokus und Laser-Autofokus kennen wir schon. Dazu nutzt der Hersteller auch noch den Versatz der beiden Kameras. Im Videomodus gibt's 4K, zur Komprimierung kommt der HEVC-Standard zum Einsatz. Die Frontkamera schließlich bietet 8 Megapixel und einen Autofokus. Der Marktstart des Huawei Mate 9 soll am 15. November erfolgen. Der Preis ist zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Videos noch unbekannt, den reichen wir aber natürlich nach. In Deutschland wird das Smartphone in der grau-schwarzen und der weiß-silbernen Version in den Handel kommen.